Hallo ihr Lieben, heute kurz einige Worte in eigener Sache. Für meine wachsende Community bin ich immer auf der Suche nach interessanten Themen in der Natur. Dafür betreibe ich einen hohen Aufwand. Alles wird von mir finanziert, ich mache auch keine Werbung und ich werde nicht gesponsert. Um jedoch weiterhin qualitativ hochwertige Beiträge abliefern zu können, bin ich auf Deine Mithilfe angewiesen. Denn leider stehen die ohnehin geringen Zugriffszahlen für die Naturthemen auf meinem Kanal im krassen Missverhältnis zu Likes und Kommentaren. Deshalb meine Bitte an Dich. Wenn Dir meine Videos gefallen, dann gib ihnen ein Like und noch besser, schreib einen Kommentar. Gerne auch kritisch, solange es halbwegs anständig bleibt. Der YouTube Algorithmus funktioniert leider nur über die Likes und Kommentare. Also hast Du es in der Hand, den Fortbestand des Kanals zu sichern. Dafür im Voraus ganz ganz vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020